willkommen zurück zu einer weiteren staffel muss man ja leider sagen von the long dark da wir uns in der letzten staffel am ende echt sehr sehr blöd angestellt haben und echt unglücklich gestorben sind ja fangen wir jetzt noch neue staffel an aber wie es der zufall so will relativ pünktlich zum neuen patch der alpha 235 und es gibt ein paar sehr sehr coole neuerungen unter anderem gibt es eine kleine neue area dies zu erkunden gilt also keine keine neue map ist es einfach ja ein kleiner ein kleiner bereich hinzugepatcht worden der den mystery lake mit der mit dem pleasant village verbindet und ja mal schauen ob wir das jetzt heute in der ersten folge schon finden werden ich vermute er mal nicht weil wir natürlich erst mal schauen müssen dass wir ein bisschen ausrüstung bekommen und uns fit für den nächsten überlebenskampf machen wir spielen natürlich eine neue sandbox wir spielen den reisenden schwierigkeitsgrad und wir spielen erneut den mann so und das ist auch eine der ersten neuerungen für diesen patch wir können uns jetzt irgendwo random spawnen lassen in einer dieser drei maps ich möchte aber gerne wieder am am rätsel sich starten ich finde die gegend rund um den rätselsee herum einfach mit am coolsten deswegen würde ich da gerne starten ich setze mir jetzt mal ein erklärtes ziel für diese staffel und zwar würde ich gerne da wir in der letzten staffel ja ich glaube 46 tage und ein paar stunden und sowas überlebt haben ein ziel setzen ja und ich habe überlegt setze ich das ziel hoch oder setze ich ein ziel was wir auf jeden fall erreichen oder nämlich irgendwas dazwischen und ich setze jetzt einfach mal das ziel überlebenszeit 75 tage das liegt irgendwo in der mitte zwischen 50 und 100 was ich mir überlegt habe was eine der der beiden möglichkeiten gewesen wäre deswegen nehme ich mal 75 tage das sollte zu erreichen sein gucken wir mal wir haben jetzt schon ein bisschen erfahrung also wir starten am rätselsee und legen direkt los mein flugzeug ist mal wieder abgestürzt blablabla wie lange kann ich überleben weiter mit blieber taste b es ist nicht die stärkste spezies die überlebt auch nicht die intelligenteste es ist diejenige die sich am ehesten dem wandel anpassen kann charles darwin da hat er nicht ganz umrecht so es stimmt natürlich ist es halb dunkel wir haben 30 und tageslicht übrig und drei balken die kälte steigen lässt das ist super lässt hoffen jetzt ist die frage wo lang laufen wir denn das sind auf jeden fall schon mal optimale startbedingungen hier trägt mit so einer eiskälte zu starten erst mal irgendwie versuchen zu orientieren um herauszufinden wo wir denn ungefähr sind und da es jetzt hier gerade so kalt ist gehe ich jetzt gleich wenn wir irgendwo etwas wärmer und sicherer sind noch auf ein paar weitere neuerungen ein die man relativ schnell sieht aber zuerst würde ich mich gerne irgendwo in etwa in sicherheit bringen ja wir laufen einfach mal in die richtung da also ich bin immer noch nicht so ganz orientiert hier gerade keine ahnung wo wir sind aber die mystery lake map die kennen wir jetzt schon ein bisschen da haben wir ja in der letzten staffel relativ viel zeit gegen ende auch verbracht allein weil wir ein bisschen nach bunkern gesucht haben und so deshalb sollten wir hier relativ schnell wissen wo wir denn hier sind und ich hoffe mal dass der erste wolf relativ lange auf sich warten lässt ich habe ehrlich gesagt immer noch keine ahnung wo genau wir sind da vorne sieht es aber aus als ob wir in richtung rodungsfläche laufen können und da laufen wir mal weiter suchen schon haben wir kälte das ist natürlich das ist super für den start ist es eigentlich fast das schlimmste was uns passieren konnte das einzige was noch schlimmer gewesen wäre wäre nebel und nachts zu starten so wir laufen hier mal weiter wir werden jetzt relativ zügig stehen status unterkühlt bekommen da ist auch schon herzlich willkommen lieber status unterkühlt und wir sind beim toten holz soweit kennen wir das ja hier schon und ja schon schon sind wir in der ersten folge der neuen staffel und unser zustand geht das erste mal runter jetzt ist wirklich die frage hier werden wir auch nicht wärmer werden das heißt wir bleiben auf keinen fall hier wir laufen in die richtung weiter immerhin haben wir schon mal holz gefunden okay ich kann ja mal auf eine neuerung eingehen die jetzt den spielfluss gerade auch nicht so sehr stört es wurde ein umstieg von da und x9 auf da und x11 vollzogen diesem update ich weiß nicht so ganz genau ob das grafisch wirklich irgendwas bringt ob das performance technisch irgendwas bringt weil ich auch ehrlicherweise sagen muss dass ich damit bisher nie probleme hatte performance technisch war das spiel immer eins a so und ich glaube ich weiß jetzt wo wir in etwa sind wir müssten ja jetzt eigentlich zu den schienen kommen und ich meine da vorne wäre auch quasi schon das lagerbüro jawohl sollte vielleicht mal ein bisschen auf wölfe achten wir haben noch nichts womit wir uns irgendwie verteidigen können ja also wie gesagt direct x 11 keine ahnung was und ob es überhaupt irgendwas bringt vielleicht stellen wir irgendwas fest während wir spielen aber so insgesamt glaube ich bleibt glaube ich bleibt vieles davon einfach unbeeinflusst oder man nimmt es nicht bewusst war die leichte die da hinten liegt da werden wir uns erstmal nicht drum kümmern ich möchte nämlich erstmal gerne den unter kühl status weg bekommen und das machen wir doch hier das ist die flagge man 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 so dann gehen wir jetzt hier mal rein wir haben außer holz noch nichts eingesammelt dann würde ich sagen komme ich direkt mal zur nächsten neuerung darf uns jetzt in sicherheit und dem warmen befinden es ist jetzt ab sofort random was man beim start alles dabei hat das war ja vorher immer so dass man ja eigentlich so ein festes inventar zum start hat und man sieht jetzt hier schon zum beispiel angelzeug das hatte man vorher nicht näht zeug hatte man vorher nicht also das ist im prinzip ist das alles random man ich bin mir nicht sicher aber ich glaube man könnte auch glück haben dass man mit einer waffe startet und wenn ich das richtig verstanden habe ist es auch so dass man auf den maps jetzt wenn man neu ein neues spiel anfängt durchaus auch in einem haus starten könnte gut das glück hatten wir jetzt leider nicht aber so schlimm ist es nicht wir haben das lagerbüro gefunden und jetzt würde ich sagen machen uns hier mal ans einsammeln der sachen an schnür nehmen wir mit ja zu der werkmann kann ich auch noch ein bisschen was erzählen weil was man auch eingeführt hat wir haben jetzt die möglichkeit uns pfeil und bogen zu kraften ich habe das selbst noch nicht gesehen wird aber hier mal gucken das müsste ja hier in der werkmann seine haken schnur angelzeug das kannten wir alles schon regel der stiefel die Lederhose das ist auch neu sehr sehr cool Wolfspelz Mantel Bärenfeld Schlafsack Survival Bogen da ist er nämlich so den könnte man sich jetzt herstellen und das ist auch neu man muss jetzt zum Teil für für so Rezepte Holz trocknen was ich auch relativ cool finde da bin ich mal gespannt wie sich das aus Gameplay auswirkt getrockneter Birken Schössling 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 whatever ein Pfeilschaft eine Pfeilspitze da brauchen wir Metallschrott für alles klar und einfacher Pfeil ok also es ist ein bisschen Crafting dazu gekommen was ich persönlich auch sehr cool finde also dieses Update was jetzt gerade gekommen ist ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Update ich bin sehr sehr gespannt also wir haben jetzt im Prinzip eine Alternative zur zur Flinte was auf jeden Fall sehr sehr cool ist weil zum einen musste man die Flinte natürlich auch erstmal finden und zum anderen haben wir jetzt endlich auch eine ja ich nenne es mal regenerative Munition die wir selber herstellen können wo wir selber beeinflussen können wie viel wir davon mitnehmen wollen und die wir auch immer wieder neu craften können das einzige was da begrenzend ist ist natürlich der Metallschrott da muss man mal schauen wie viel man davon halt letztendlich zur Verfügung hat aber ich glaube dass das ist so ein Ding da haben wir auf jeden Fall erstmal genug von auf diesen ganzen Maps die wir jetzt hier mittlerweile haben also ein idyllisches Tal Küstenstraße und der Rätselsee hier haben wir eher die Erfahrung gemacht dass wir hier ausreichend von unserem Zeugs finden ich bin da hier nebenbei mal alles was man hier so findet na komm schon nehmen wir alles mit hier so irgendwie habe ich den Eindruck wir haben jetzt hier irgendwie nicht so viel gefunden irgendwie war es hier jetzt nicht so ergiebig wie ich das sonst erwartet hätte von dem Lagerbüro aber gut so wir schauen mal auf unsere Ausrüstung was haben wir denn klamottentechnisch haben wir nichts gefunden aber wir müssten deutlichst schnell mal ein paar Sachen reparieren ja klar hier haben wir natürlich ein bisschen Zeugs gefunden wir haben auf jeden Fall Nahrung genug und ich würde sagen wir werden jetzt mal den Schlafsack zerlegen den wir gerade gefunden haben so und das ist auch ein bisschen neu es gibt jetzt hier einen Button Actions und darunter erscheint dann dieses neue Menü das ist jetzt bei allen Gegenständen mit denen man irgendwas machen kann so und hier haben wir die Möglichkeit zu sagen okay wir wollen das zerlegen oder wir wollen es reparieren wir wollen in dem Fall den Schlafsack natürlich zerlegen weil wir den Stoff dringend brauchen und können dann erstmal unsere Klamotten auf Vordermann bringen das ist sehr sehr cool und wir sortieren das mal nach dem schlimmsten Zustand so dafür werden wir Leder brauchen nämlich an getrocknetes Leder oh Gott Leder müssen wir jetzt auch trocknen gut getrocknetes Leder haben wir natürlich nicht wir reparieren daher mal die Hose so ich kann hier aber kein Nähset jetzt mehr auswählen ich vermute mal dass das automatisch ausgewählt wird deswegen ah ok Angelzeug Nähset wir können mit Angelzeug unser Dings reparieren ok das lasse ich mal dahin gestellt Reparatur Fertigkeit auf 61 erhöht ok das muss ich jetzt sagen gefällt mir jetzt in der Tat nicht mehr so gut weil wir jetzt in dieser Ansicht jetzt nicht mehr sehen wie dann der Zustand des entsprechenden Items ist also Reparaturumfang 30% das heißt wir wären bei 88% das machen wir auch nochmal also jetzt so ad hoc ein bisschen gewöhnungsbedürftig also man sieht halt jetzt hier nicht was hatten die Hose für ein für ein Zustand ach so ah hier sieht man es alles gleich ich nehme alles zurück 88% das ist in Ordnung so dann widmen wir uns den Socken auch die reparieren wir haben 33% Reparaturumfang 55% perfekt das machen wir mit dem Nähset wir kriegen langsam Hunger wie man unten links gerade sieht genau und hier sieht man jetzt den Zustand alles klar das ist dann für mich durchaus in Ordnung also klar ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt wegen der Umstellung 66% machen wir auch aber jetzt nicht wirklich wirklich schlimm es ist halt eine Änderung mit der man sich erstmal arrangieren muss so die hat 100% deswegen haben wir jetzt auch keinen reparieren Menüknopf mehr Reparaturumfang 25% das heißt die könnten wir zweimal reparieren sehr 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 cool jawohl das machen wir auch so wir sind durstig auch jetzt das heißt so langsam sollten wir uns eventuell mal um uns selber kümmern aber ich repariere erstmal fertig 40% das ist im Prinzip fast perfekt Flüssigkeitsmangel ist jetzt nicht so schlimm 89% so damit sind bis auf die Schuhe unsere Klamotten jetzt wieder ein bisschen up to date ähm ok wir zerlegen aber gerade nochmal ein bisschen Zeugs hier wir müssen eh pennen von daher ist der Zustand jetzt gerade erstmal egal dasselbe machen wir mit den Dingern hier und dann müssen wir als erstes auch mal direkt ein bisschen Wasser kochen so Bücher kann man immer noch nicht zerlegen Zedernholz nee water ja 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 ok wir geben dem armen Kerl jetzt mal was zu trinken hier mal kurz ein bisschen Limo schlürfen so das sollte erstmal reichen und dann probieren wir uns mal an einem Feuerchen und wir werden jetzt auch erstmal den Brandbeschleuniger nutzen wobei müssen wir das 90% mit einem Buch die Bücher sind eh für nichts anderes zu gebrauchen das heißt wir versuchen es mal mit einem Buch dann spannen wir uns ein bisschen Brandbeschleuniger Brandbeschleuniger ist eigentlich ganz hilfreich wenn man mal draußen in einem Notfall in einem Sturm auch ein Feuer machen möchte ja und da wir jetzt hier Bücher haben 90% sollte ja wohl funktionieren guck mal das sieht doch sehr sehr gut aus so und dann würde ich sagen schmeißen wir das Altholz in erster Linie da mal rein und schmelzen uns jetzt erstmal ein bisschen ein bisschen Wasser 40 Minuten da kommen wir wir schmeißen das Zedernholz auch noch rein und schmelzen dann mal 5 Liter Wasser so wir werden jetzt auch müde das Feuer brennt offensichtlich nicht mehr so gut und dann werden wir mal anderthalb Liter passt das schon wieder Flüssigkeitsmangel okay anderthalb Liter hat gerade so funktioniert und dann würde ich sagen achso wir haben noch so Wasserreinigungstabletten verwenden und dann haben wir ja schon mal zweieinhalb Liter dann werden wir gerade mal was trinken perfekt ja und das wäre es dann im Prinzip auch schon gewesen mit den Sachen die wir machen können wir würden die Laterne hier glaube ich nochmal eben ein bisschen refillen damit hätten wir auch das Lampenöl schon verbraucht ja und viel mehr können wir jetzt auch schon nicht machen das bedeutet wir brauchen in naher Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zu essen so viel haben wir nämlich nicht wie viel Tageslicht haben wir denn noch? zwei Stunden nur noch ja wir haben aber auch nicht mehr wirklich irgendwas was wir mit den zwei Stunden tun können wir werden auf jeden Fall das unsaubere Wasser hier mal rauslagern und den Rest behalten wir mal wie viele Kalorien haben wir? 454 ok das ist nicht so sonderbar viel aber wir haben auch echt nicht nicht viel zu essen dabei so die beiden Sachen esse ich nochmal das sollte für die Nacht eigentlich reichen hoffe ich und dann legen wir uns mal fünf Stündchen hin bambambam 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 so 16 Stunden haben wir schon so wir haben natürlich wieder äh wieder Orderst das beseitigen wir auch gerade mal Verhungern werden wir jetzt vermutlich über Nacht nicht ja man weiß es nicht okay wir wissen nicht wie viel dunkelheit noch übrig ist wir schlafen noch mal fünf stunden und schauen mal ob das reicht um wieder tagesdicht zu bekommen wahrscheinlich wird es nicht reichen nämlich an und dann gehen auch schon langsam unsere kalorien zu ende weniger als eine stunde dunkelheit übrig dann würde ich sagen schlafen wir noch mal eine stunde 15 stunden tageslicht übrig sehr schön okay und dann haben wir ja eine menge dorst eine menge hunger und ich würde sagen wir trinken mal die limonade das bringt uns zumindest ein bisschen auf vordermann jawohl okay und dann müssen wir uns hier im prinzip schleunigst vom acker machen und schauen dass wir irgendwo ein bisschen mehr vorräte kriegen und wir schauen dafür mal hier vor die tür und guck mal was hier so abgeht das ist so klar das ist so klar ja natürlich es ist noch früher morgen von daher aber wir werden jetzt erst mal hier vorne zur leiche gehen oh cool das ist auch noch krähen federn die werden vermutlich für feile brauchen gehe ich jetzt mal von aus das ist sehr cool vor dem fuß erwischt so und jetzt ist natürlich so insgesamt die frage gefühlt minus 20 grad okay ich finde der nebel sieht schon mal anders aus weiß jetzt nicht ob das an der directx version liegt aber wir werden auf jeden fall hier kurz mal ein paar rohrkolben pflücken trotz der kälte und trotz des nebels ich möchte aber ungern jetzt wild auf den see rennen weil ich einfach nicht unverhofft in irgendein wolf oder so was reinlaufen möchte so nehme ich hier so ein paar rohrkolben mit die uns zumindest ein bisschen ernährungstechnisch über wasser halten sollten kurze zeit das problem ist wir sehen halt keine hütten deswegen würde ich hier nicht blind losrennen eigentlich das bedeutet auch ich gehe gerade mal kurz zurück in die hütte oben so jetzt frage ich mich natürlich die krähen kreisen ja dennoch weiter hier über die leiche ob so generell die krähen federn respawn also ob da neue hinzukommen da bin ich mir nicht so ganz sicher so wir verschwinden auf jeden fall noch mal kurz hier in die hütte ich laufe hier einmal drum herum um mal zu gucken ob wir hier nicht draußen irgendwas liegen haben aber leider nicht so und dann gucken wir uns noch mal auf der werkbank an was wir denn noch mal für so einen bogen brauchen survival bogen so dafür brauchen wir getrocknetes ahorn gedöse und darm aber das heißt wir kommen nicht drum herum irgendein tier zu erlegen vorher und das schaffen wir im prinzip auch nur mit mit einem mit einem gewehr also wir haben auf jeden fall schon mal schon mal federn das ist auf jeden fall schon mal nicht nicht ganz so uncool wir haben ein bisschen was zu essen eingesammelt so wir haben noch keinen dosenöffner deswegen würde ich die jetzt gerade noch nicht essen das bedeutet aber wir müssen auf jeden fall jetzt mal ein paar kalorien zu uns nehmen und das müssen wir leider auch über die rohrkolbenstängel hier machen und dann direkt noch ein bisschen wasser hinterher so damit sollte es uns doch wieder ansatzweise ein bisschen gut geht genau ja aber ich würde sagen das soll es für diese folge erstmal gewesen sein in der nächsten folge werden wir uns dann auf die suche nach ein paar vorräten machen müssen wir einfach wir haben nicht mehr wirklich viel zu essen und werden dann mal schauen ob wir schon soweit sind dass wir eventuell die neue area ein bisschen erkunden können vorausgesetzt wir finden sie relativ zeitnah ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei wenn euch das gefallen hat lasst mir gerne ein däumchen nach oben und ein abo da und dann sage ich bis zum nächsten mal